So, wieder zurück und bereit für eine neue Folge Ember Moon am Ember Montag mit Tomaniac. Ja, ich hoffe ihr seid genauso neugierig wie es weitergeht wie ich und ich gehe mal auf Weiterspielen. Und wir hatten da zuletzt diesen einen Fight, da hinten steht irgendwas, eine Säule oder was. Und ich gehe aber hier nochmal kurz ein Stückchen zurück, nicht dass wir irgendwelche Überraschungen erleben werden. Denn ich kann ja jetzt einen Spruch lernen und der Spruch nennt sich verdoppeln. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das denn... Mal gucken, wo das hier ist, ob wir es jetzt hier irgendwo haben. Verdopple Gegenstand. Jawohl, schafft es den Spruch zu lernen, die Spruchrolle zerfällt zu Staub. Und jetzt kann ich also hergehen und Gegenstände verdoppeln. Ich mache da gleich mal einen Test. Ich speichere das hier nochmal eben ab. Beziehungsweise ich muss ja mal gucken, ob ich den jetzt auch wirklich hier im Gepäck habe. Duplikation. Okay, kann ich einmal. Und bei mir müsste ja eigentlich jeder Zauber gelingen. Magie benutzen. Ja, knapp zu 100%. Und ich muss mal eben gucken, was habe ich denn hier an, damit ich das kann. Denn wenn es ein Ring ist oder so, dann hätte ich den gerne nämlich auch für Waldin. Damit seine Sprüche auch alle funktionieren. Jetzt sollen wir da mal eben gucken. Parade Ring. Neras Ring. Und ich bin mal gespannt, ob ich den Ring verdoppelt kriege. Mal gucken, ob das geht. Das wäre natürlich geil. Brauche ich da eventuell noch einen leeren Platz im Inventar? Habe ich aber. Gut, ja dann versuchen wir das mal. Aber ich speichere vorher ab. Nicht, dass doch irgendwas falsch läuft. Das nehme ich aber mal antike Anlage 2. Nur falls mal was komplett in die Hose gehen sollte. Jetzt probieren wir das mal. Das wäre ja schon geil, wenn das ginge. Verdoppeln. Es ist halt so, ich muss danach dann immer Essen erschaffen und 8 Stunden rasten und so weiter. Dieser Gegenstand lässt sich nicht duplizieren. Ha, ha. Hat aber die ganzen Punkte abgezogen. Scheiße, das funktioniert nicht. Mal gucken, was können wir denn überhaupt verdoppeln? Also das war ja jetzt eigentlich meine Hoffnung. Antimagierring. Antimagierring. Ah, guck mal, der hat den Antimagierring. Lichtkrone. Die Lichtkrone hilft ja nur, dass man... Warte mal, Ranger. Der könnte die sogar tragen. Dass man Magie-Sprüche lernen kann. Maradering, Leras Ring. Zielbrusche. Äh, ja, das muss der Ring sein, der das macht. Ähm, aber wir können mal gucken, was hat Sabine denn zum Beispiel? Antimagiering? Paradering? Sans-Ries-Heizband. Wer kann denn das alles benutzen? Magie benutzen plus 25. Okay. Kann man das denn vielleicht verdoppeln? Ich vermute mal nein. Aber ich würde es mal probieren. Ist egal. Ich lade nochmal. Und dann wollen wir mal gucken, ob das vielleicht geht. Ja gut, wenn wir Pech haben, ähm, dann kann man das nicht. Das wäre natürlich dann Kacke, weil da muss ich mich fragen. Okay. Vielleicht hilft es aber, um Tränke zu verdoppeln. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Duplikation auf Sabines. Äh, lässt sich auch nicht duplizieren. Also wahrscheinlich lassen sich genau diese Sachen nicht verdoppeln. Lad nochmal. Ja, schade. Damit stirbt eine Hoffnung, die ich eigentlich hatte. Ja, das sind alles Sachen, die sich nicht verdoppeln. Also anscheinend lassen sich die legendären Gegenstände, in Anführungsstrichen, nicht verdoppeln. Das ist ja dann doof. Das ist ja dann wirklich doof. Da müsste man ja fast überlegen, was mehr Sinn macht. Einen Gegenstand zu verdoppeln oder einen Gegenstand aufzuladen, dass er wieder volle Ladungen hat. Probieren wir das mal. Melvin hat ja... ...noch vier Spruchpunkte Violen. Aber wir können auch diesen antiken Gegenstand probieren. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht funzen. Vielleicht lässt sich aber der Morag-Dart... Ähm... Wer hat den denn jetzt? Da. Lässt sich auch nicht duplizieren. Ja, verdammt. Da ist ja die Frage... Dann wirst du den antiken Gegenstand auch nicht duplizieren können. Da muss ich gar nicht gucken. Wenn ich jetzt merke, ich kann noch nicht mal Tränke duplizieren... Dann, ähm... Dann kann ich mir auch was anderes überlegen, wenn duplizieren nicht geht. So, mal gucken, ob das geht. Ja, was kann man denn dann überhaupt duplizieren? Wo ist denn dieser Duplizieren-Spruch dann überhaupt für gut, wenn du gar nichts duplizieren kannst? Oder muss ich ne... Warte mal. Vielleicht muss die Flasche auch einzeln... Ähm... Nimm ne einzelne Flasche, so. Gucken, ob das... Ah, Moment, Scheiße, muss ich ja noch mal laden. Ja, ätzend. Ich dachte jetzt einfach, ich könnte da munter Sachen duplizieren. Aber... Das ist geschissen, ne? Das funktioniert anscheinend nicht. Gut, jetzt haben wir den isoliert, den Trank. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das geht. Ja, wenn das auch nicht geht, dann muss ich da den anderen Spielstand noch mal laden. Und dann kann ich die Punkte auch für was anderes nutzen, wenn es nicht funzt. Was lässt sich denn jetzt überhaupt duplizieren? Müssen wir jetzt mal rausfinden, was geht denn überhaupt? Da lässt sich ja gar nichts verdoppeln. Was denn das für ein Schwachfug? Das ist wahrscheinlich mit Spruchrollen genauso. Wahrscheinlich kannst du so billig Sachen wie Seile oder sowas duplizieren, ne? Nimm mal eine Spruchrolle. Donnerschlag, ja. Ja, also es gibt nichts, was sich duplizieren lässt. Also nichts von dem, was ich gerne dupliziert hätte, lässt sich duplizieren. Ja, dann ist das ja auch völlig schwachsinnig. Dann können wir auch den anderen Spielstand noch mal laden. Und da habe ich die Spruchrolle hoffentlich nicht schon eingelesen, oder? Gut, da habe ich sie noch nicht eingelesen. Äh, scheiße. Was habe ich denn überhaupt dann stattdessen? Habe ich Aufladen? Weil dann würde ich lieber Gegenstände aufladen in dem Moment. Hatte Waldendee nicht irgendwo? Mystische Karte, mystische Karte, mystische. Bei jedem Fallen finden Wort. Antimagie. Reparieren, Massenhast, Wissen. Es kann sein, dass ich eventuell Aufladen irgendwo habe. Levitation. Verdoppel Gegenstand. Gegenstand laden. Nimm mal den. Äh, ja, okay. Dann leeren wir halt den und dann laden wir Gegenstände wieder auf. Das ist ja auch nicht schlecht. Da kann ich zum Beispiel diesen, äh, diesen einen Helm aufladen, der ja diese mystische Kugel und Karte und so alles macht. Ja, genau, das machen wir. Wir lesen den Aufladen-Spruch rein. Wo ist er denn? Gegenstand laden. What? Ah, Moment. Nochmal laden. Ja, ich weiß, was ich da machen muss. Damit ich diesen Spruch 100% geladen kriege, muss ich, äh, muss ich Nelvins Lichtkrone tragen. So, und damit gelingt mir jedes Lernen. Genau. Und jetzt kriege ich sie gelesen. Das wäre doch gelacht. Also, lesen. Gegenstand laden. Jawohl, schafft es den Spruch zu lernen. Na, also. Lichtkrone zurück zu Nelvins. Nelvins setzt die Lichtkrone wieder auf. Turmenik setzt den Sonnenhelm wieder auf. Und Turmenik kann jetzt Gegenstand laden. Und dann können wir nämlich nochmal hier gucken. Warte mal, war das der Sonnenhelm, auf dem die, äh, äh, ähm, warte mal, kann ich, wer kann identifizieren? Identifikation kann Waldin, ne? Ja, schade ist das. Ich hätte ja eigentlich mir gewünscht, dass, äh, mit dem Verdoppelnd Gegenstand sich auch was verdoppeln lässt. Aber, nichts von dem, was ich eigentlich gerne verdoppelt haben wollte, lässt sich verdoppeln. Und, das ist leider sehr arschig. Ja. Jetzt habe ich ja abgespeichert. Jetzt ist es ja egal, ähm, Ähm, ich will ja nur mal gucken, welcher, äh, Gegenstand macht diese Allsicht-Karte, sage ich jetzt mal. War das Kai's Amulett? Warte mal. Genau, Kai's Amulett war das. Mystischer Globus. Gut, gut, dann haben wir den ja schon identifiziert. Der Sonnenhelm macht ja nur Licht. Ähm, aber das ist schon mal nicht schlecht, dieser mystischer Globus, der ist nämlich ein recht guter Spruch, ne? Mal mal ihn gerade gucken. Äh, und das ist halt was, was dann auf jeden Fall, mystischer Globus, das ist der beste, ja, Hellsichtigkeit in 3D-Bereichen, eine mystische Karte. Und die mystische Karte zeichnet ja alles ein. Also alles. Der kostet normalerweise 250 Spruchpunkte, ist ja aber auf dem Helm drauf. Ähm, das ist ja natürlich sehr geil. Ähm, okay, also Kai's Amulett ist das. Den können wir einmal aufladen und natürlich die, die Feuerbälle. Zum Beispiel auch auf den, äh, auf den Feuerbrandschwertern und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir laden mal alles Mögliche auf, was wir aufladen können, ne? Jetzt gelingt ja hier, äh, äh, also, Carsten kann nicht jeden Zauber, die, die funktionieren alle. Wie viele Spruchlernpunkte hat Walden eigentlich? Zwölf. Ja, aber eigentlich, ähm, eigentlich, wenn der dieses Amulett nutzt, braucht er keine anderen Sprüche lernen. Der muss nur regelmäßig das Ding einschalten. Fünf Ladungen sind noch drauf. Ich glaube, zehn waren es insgesamt. Wollen wir mal gucken, ob er die voll auflädt. Reparieren haben wir. Gegenstand laden geht auch nur einmal. Gegenstand laden. Wie viele Spruchlernpunkte hatte mich das eigentlich gekostet? Hm. Mal wieder. Ich blätter hier gerade wieder in meinem schlauen Buch. Falls ihr euch fragt, was mache ich da unten? Ja, so verdoppelte Gegenstand ist für den Arsch funktioniert, nicht? Gegenstand laden. 20 Lernpunkte. Das heißt, ich habe noch neun, äh, noch neun Spruchlernpunkte. Damit kann ich aber jetzt nicht wirklich was Vernünftiges brauchen. Levitation kostet zehn. Damit könnte man wenigstens schweben. Antimagie. Also auch cool wäre natürlich der alchemistische Globus. Aber der kostet 25 Lernpunkte. Ne, da lade ich lieber alles auf, sodass wir im Fall der Fälle, wenn wir keine Zaubersprüche oder irgendwas mehr haben, wenigstens solche Geschichten nutzen können. Bling, 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 bling. Jetzt können wir hier mal reingucken. Wir müssen jetzt eigentlich wieder zehn Ladungen haben. Sechs. Ah, das gibt nur eine Aufladung. Der macht den also nicht voll. Aha. Das kann ja ewig dauern, bis man den dann wieder auf zehn voll hat. Ähm. Ist aber auch nicht so tragisch. Okay. Mach mal essen. Dafür reicht's auf jeden Fall noch. Dann warten wir acht Stunden. Rasten. Gut, zumindest habe ich die Möglichkeit überhaupt, ähm, das zu machen und Aufladungen drauf zu machen. Geht allerdings immer nur, während man rastet. Ne? Wenn man dann zum Beispiel merkt, irgendwas ist leer, dann muss man das halt über den Weg, wie ich ihn jetzt gehe, Essen erschaffen, acht Stunden rasten. Wir sind ja hier nicht auf Zeit. Es geht ja nicht um Kalendertage oder sowas. Äh. Dann so machen. Auch wenn das recht, ähm, umständlich und aufwendig ist. Aber geht nicht anders in dem Moment. Tja. Okay. Ja, gut. Müssen wir so machen, ne? Wir haben keine andere Möglichkeit, ähm, Walden dazu zu kriegen, dass jeder Spruch sitzt. Also muss das ja praktisch so machen, dass er den Gegenstand benutzt. Wir wissen jetzt, wenn wir es, wenn wir dann nachher noch dran denken, dass noch fünf Aufladungen drauf sind. So. Und dann haben wir natürlich hier alles schön an. Das ist natürlich super. Monster zeigt er mir aber anscheinend nicht an. Müsste aber, sollte aber eigentlich. Eigentlich sollte der mir auch Monster anzeigen. Denn er hat da jetzt hier die beiden Sachen und Hellsicht auch noch. Na, gucken wir mal, was das da sein soll. Hm. Jetzt da steht das mal gar nichts. Jetzt bin ich schon ganz nah dran. Keine Ahnung. Na, irgendwas soll das wohl sein? Keine Hinweise. Was ist denn da? Ein Skelett. Oder ist was? Zwischen Knochen, die die Hand dieses fremdartigen Skeletts sein könnten, findet Tomenic eine rot gravierte Kugel aus Metall. Gravierte Kugel rot. Vielleicht muss man die da benutzen irgendwie an dem Gerät. Ist ja sonst noch was in dem Raum. Sieht nicht danach aus. Probieren wir das mal. Aber speichern wir das vorher ab. Ja, ich glaube mit dem Aufladen, Gegenstand Aufladen, haben wir mehr von, als mit dem verdoppelten Spruch, der ja irgendwie nicht funktioniert. Hm, wahrscheinlich muss ich das Ding dann aus dem Inventar benutzen. Warte mal, kann er irgendwie anzeigen, was das hier sein soll? Hm. Keine Ahnung. Aha. Die Maschine nimmt die gravierte Kugel auf und aktiviert den Teleporter am Ende der Kette aus Leuchtkugeln. Aber bevor ich da durchgehe, will ich erst mal gucken, was wir hier noch haben. Ja, die habe ich aktiviert. Gucken wir mal noch, was im Nebenraum drin ist. Bin ich da richtig? Ja, doch, da durch die Tür. Aber waren da nicht vorhin noch Gegner? Da sind die auch. Warum zeigt er mir die auf der Karte nicht an? Aus irgendeinem Grund zeigt er mir die trotzdem nicht an. Das ist ja merkwürdig. Was ist denn, wenn er das jetzt casten will? Weil der hat doch hier beides. Warum zeigt er mir die Monster nicht an? Speicher mal eben. Ist this a bug or a feature? Weil mystische Karte macht der Globus ja automatisch auch. Das zeigt er mir nicht an. Ja, selbst wenn ich versuche, die zu casten. Zauber ist misslungen. Aber eigentlich läuft er ja auch schon. Da, guck mal. Wenn er dann funktioniert, sieht man die trotzdem nicht. Das zeigt er mir gar nicht an. Ich weiß nicht, warum nicht. Ja gut, das kannst du noch mal laden. Denn eigentlich macht der Spruch genau ja das. Aber aus irgendeinem Grund werden die auf der Karte nicht angezeigt. Vielleicht ist das hier eine unsichtbare Wand. nur ich sehe die. Ja, komm. Augen zu und durch. Also geht's los wieder hier. Hoffentlich mit einem guten Ausgang. Ja, wenn's dann irgendwann heißt, je nachdem, was man benutzt hat, der Gegenstand hat keine Ladungen mehr, dann muss man halt irgendwie 30 Nächte lang irgendwas aufladen. Hilft nix. Das ist zwar Kage, aber was willst du machen? Ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht von diesem Verdoppelnspruch, der nichts verdoppelt. Was ist das für ein Scheiß? Das braucht ja kein Mensch. Woran liegt's, frage ich mich. Ist ja für nix. Wahrscheinlich kann man nur normale, einfache Sachen, ja, was weiß ich, pisselige Schwerter oder sowas verdoppeln, aber das bringt ja nix. Leider kann man auch keine Tränke verdoppeln. Ist jetzt mal gut hier. Ja, was soll der Scheiß? Naja, vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen, die wir einkaufen können oder sowas irgendwann. Sabine sieht nicht gut aus. Jetzt reicht's aber wirklich mal langsam. Können wir jetzt mal zum Gegenschlag ausholen und ordentlich wegrotzen, bitte? Ei, ei, ei. Ich hoffe, da steht nicht mehr viel nach der nächsten Runde. Ja, bitte so auch bei den Dicken. Schön wär's ja gewesen. Also, man merkt, wir kommen mehr schlecht als recht, aber wir kommen durch. Meistens. Meistens. Darauf liegt die Betonung. Guck mal, ich kann Tote erwecken, Asche und Staub wandeln. Die Sprüche habe ich sogar schon gelernt. Das Einzige, was ich immer noch nicht kann, ist Verrücktheit teilen. Und ich hoffe, das passiert so schnell auch nicht, dass ich das brauche, weil, ja. Ich hatte mal den Tipp gekriegt, in der Bibliothek von Julek nochmal zu gucken. Die hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel. Also, sollte ich da irgendwie nochmal hinkommen, dann würde ich das nochmal probieren wollen. Jetzt müssen wir nur noch das hier überstehen. Bitte. Komm, jetzt hau mal rein. Hm, der rechte Wächter hat jetzt schon zum zweiten Mal alles abgewehrt. Das heißt also auf Deutsch alles auf den rechten Wächter. Äh, Sabine... Ja, ist ja jetzt eigentlich egal. Aber ich glaube, Tormaniac ist eher in der Gefahr. Äh, nämlich war eine große Heilung auf Tormaniac. Melvin kann noch einmal den Eissturm versuchen. Und hoffen, dass diesmal, wenn es ist, der rechte Wächter auch was abkriegt. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass sie beide ihn angreifen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Sabine rechtzeitig mit ihrem Spruch kommt. Sonst wird es hier ganz schön knackig. Oh, der rechte Pisser wehrt alles ab. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, ihr alle auf den rechten. Melvin nutzt die antike Waffe auf den linken und hoffen, dass das sitzt. Ähm, vielleicht auch Tormenic wird weiter angegriffen werden. Dann nehmen wir jetzt aber mal eine mittlere Heilung. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, wir kommen so durch. Also die Angriffs-Initiative sieht ja nicht so gut aus. Die Dinger sind irgendwie schneller. Oh. Jawohl, der eine ist futsch. Na gut, das andere Viech macht zwei Attacken pro Kampf, Freunde. Ja, das wird eine zähe Geschichte. Kann ich sehen, wie viele Ladungen hier noch drauf sind? Habe ich das kontrolliert? Noch 49. Reicht wahrscheinlich für den ich fahre mich auch mal irgendwo in Town sozusagen die Gegenstände vollständig laden kann. So, der Rest macht Business as usual und dann hoffen wir, dass wir den so langsam mal klein kriegen. Das dauert jetzt, weil ich habe keine Magie mehr, die ich groß verzaubern kann. da hat der Wichser schon wieder abgewehrt. Na los jetzt! Dieses Kackvieh ist verdammt zäh diesmal. Wenn es mal wieder länger dauert. ich kann halt auch nicht ewig Heilung auf Tormaniac zaubern. Das ist... Warte mal, die hat doch auch noch was zum benutzen, ne? Galas Stab. Und der macht ja Massenheilung irgendwie, glaube ich. Oder, ja, schauen wir mal. Ich hätte nichts dagegen, wenn von uns mal jemand bei dem einen kritischen Treffer hinlegt. Das nervt langsam. Endlich hat der Ball mal getroffen. Mühsam nähert sich's. Meine Güte, ein Schadenspunkt. Juhu. Ist ja der Wahnsinn, ey. Ja, solange wir können, nutzen wir den Galastab noch. Er hat keine magischen Ladungen mehr. Hier unten hab ich noch einen. Hat der noch welche? Hat noch. Okay. Z noch. Antiker Gegenstand. Feuerspritze. So, der Rest haut drauf und jetzt komm. Geh tot, du Mistvieh. Ja, ja. Kann sich nur noch um Stunken handeln. Und weiter geht's. Immer drauf. Ja, gut, der hat sowieso wieder seine Aufgaben weiterhin. Ja, ich glaub, der haut ja immer noch weiter auf Turmaniac drauf. Mittlere Heilung. Ja. Und du nutzt wieder das Ding. Mittlerweile bin ich ganz froh, dass wir das Teil haben. Aber da werden auch ganz schön ordentlich Ladungen verbraucht. ja, kritischer Treffer. Noch bevor Nelvin mit dem Ding um die Ecke kommt. So. Das speichern wir ab. Ja, lassen wir das unter Nummer 2. Ist ja egal. Dann werden wir mal unsere Wunden wieder lecken, wie immer. Essen erschaffen. Essen erschaffen. Acht Stunden warten. Rast. Was könnte Sabine denn eigentlich noch für ein Spruch lernen? Aufwecken, Irritation, Heilen. Ich hab leider nicht Verrücktheit heilen, ne? Ähm, hat Walden noch irgendwelche weißen Spruche? Nein. Hat Melvin noch irgendwelche weißen? Nein. Hat Selina noch irgendwelche? Nein. Hat Egel noch irgendwelche? Panik beseitigen. Und Sabine selber hat noch Schatten lösen, Gepoße, Heilung, Nähmung heilen, Krankheit heilen, Blindheit heilen. Also... Momentan hat sie eigentlich alle wichtigen Sprüche gelernt. Ja, dann rasten wir halt, ne? Ich könnte natürlich nochmal irgendwo eine Aufladung draufzaubern. Könnte man machen, ne? Warte mal. Achso, er ist schon dran am Rasten. Ja, gut. Komm hier. Ja, dann ist egal. Dann Essen erschaffen. wieder acht Stunden warten. Das übliche Spiel. Was natürlich blöd ist, ich habe dann diesen mystischen Globus oder was das ist, der ist dann weg in dem Moment. Speichern wir es nochmal ab. aktivieren. Okay, ähm, aktivieren diesen Kaiser Amulett. Gut, jetzt weiß ich, ich habe da nicht mehr so viel drauf, nur noch vier Ladungen. Die Karte sagt hier gerade aus, ist was. Ja, wieder so ein Gerät. sieht so aus, als müsste man hier einen Bernstein reinwerfen, denn das ist wieder diese Bernstein-Maschine. Die hat genug Bernsteinbrocken. Ja, da passiert was. Die Maschine schließt sich um den Bernsteinbrocken. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich habe eben da hinten diesen Teleporter freigeschaltet, aber sonst gibt es hier erstmal nichts. Sieht mir erstmal nicht danach aus. Warte mal, da ist was. Was ist denn das? Das ist nur ein Podest. Wahrscheinlich, entsteht irgendwas dann, wenn man hier was reinwirft oder drauflegt. Naja, erstmal ist hier nichts weiter. Wir haben uns wahrscheinlich da vorne was in die Maschine stecken, damit da hinten was rauskommt. Und was das wohl sein kann, ist dann hier hinten. Oder? Da ist ja auch ein Teleporter, bin ich, aber von da bin ich nicht gekommen. Moment mal, hier sind jetzt mehrere Fragezeiten, da hinten in der Ecke ist was. Habe ich das vorhin übersehen? Da ist was. was ist doch irgendwie auch leer. Keine Ahnung. Und ich habe ja auch nicht nochmal so eine Kugel oder sowas, die ich da reinstecken muss. Nö. Gut, jetzt war da hinten dieser Teleporter und mal gucken, wo uns der hinführt nachher. Jetzt gucken wir uns mal, was hier unten noch ist, in dem Raum. Da bin ich ja auch noch nicht genauer gewesen. Ja, ist da auch noch mal irgendwie nur so eine... Da ist was. Moment mal, da ist ein Fach. Speichern wir nochmal ab. Da müsste ich vielleicht in den anderen Räumen auch nochmal gucken. Vielleicht habe ich da ein Fach übersehen. Das ist ein Fall für Selena. Entdeckt eine Falle. Schafft es die Falle zu entschärfen. Hat die Truhe geöffnet. Da. Dieses Fach enthält eine ganze Anzahl von farbig gravierten metallenen Scheiben. Grafscheibe gelb. Alle mitnehmen. Warte mal, wer hat denn noch mehr genug Platz zum Handtieren? Da sind jetzt alle Felder voll. Wer hat denn noch ein bisschen Platz frei? Ja, sobald die irgendeiner irgendwas hat. Ich repariere Gegenstand, die kann ich eigentlich mal verticken. Habe ich keine Hand mehr frei für was anderes? So. Die hätte jetzt frei. kann sie das denn auch, kann sie diese Platten auch tragen? Nein. Nee. Ja, und Egil braucht ja jetzt eigentlich diesen Elfenbogen nicht mehr. und die Wurf-Axt, ja, die kann eigentlich auch keiner so wirklich nutzen, ne? Warte mal. Machen wir so. Melvin könnte dann zur Not auch noch was näher kommen. Nimmt jetzt diese Tafel und gibt die zu Egil rüber. Und der hat dann immer noch einen Platz frei. Gut, wir haben also jetzt diese gelben Tafeln. Vielleicht gibt's noch mehr irgendwo. Da ist nichts weiter, ne? Ich muss die anderen Räume gleich nochmal durchsuchen an den Wänden, ob ich da nicht noch was übersehen habe. Warte mal, da. Okay, wahrscheinlich doch nicht, sondern es ist einfach alles hier. Er entdeckt eine Falle. Schafft es, die Falle zu entschärfen? Hat die Tour geöffnet? Farbig markierte Scheiben alle in grün. Da ist auch noch ein Slot frei. Okay, es hängt also alles irgendwie damit zusammen. Gut, nach vorne habe ich noch was gesehen. Da. Falle entdeckt. Schafft es, die Falle zu entschärfen? Hat die Tour geöffnet? Hier gibt's das Ganze dann nochmal in blau? Mal in blau. Hat hier irgendjemand noch einen zweiten Slot frei? Einfach zum Mutterrückkehr, magische Attacke. ja, ja, Monster finden, SP-Sauger, ja, ich frage mich, ob ich hier überhaupt groß was von verwahren soll. Also, wenn ich das eine Sache, mystische Karte 3 ist natürlich schon gut. Ja, die Wurf-Axt geht halt noch, wenn der Bogen nicht mehr geht, aber irgendwie kommt's ja kaum mit irgendwas durch. Ja, also, spätestens dann, wenn's darum geht, den Nisi da was umzuverteilen, da muss sie irgendwo was fliegen. Geht nicht anlassen. Da muss ich halt mich von Spruchrollen da was trennen, die ich eigentlich lieber irgendwo zu Bargeld gemacht hätte. So, es wird auf jeden Fall was mit diesen Scheiben zu tun haben. Die Frage ist, welchen Teleporter nehme ich? Den in dem einen Raum oder den offensichtlichen hier? Ich würde vielleicht gerne erstmal den in dem einen Raum oben nehmen. Ja, 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 ich hoffe, wir kommen nachher irgendwann wieder hierhin zurück. Aber ich würde sagen, was uns auf der anderen Seite des Teleporters erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Ausgabe von Ember Moon am Ember-Montag mit Tomaniac. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder da und seid genauso neugierig wie ich, wie es weitergeht. Bleibt mir treu. Tschau, bis zum nächsten Mal. Also, macht's gute, Liebe Lieben! Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau,